Es gibt die Pyro-Käcker von FKW Keller, nur mit dem alten Münchhausen-Logo, kriegen wir mal das dazu. Hier sehen wir ihr Brutto-Gewicht, 40 Gramm, Importier-FKW Keller. Hinten eine ordentliche Wandung, vorne noch zugestopft, aber eine sehr dünne Wandung, kann man hier auch leicht eindrücken, aber sonst steinhart. Kommen wir mal zur Zündung. So, kommen wir jetzt zur Zündung. Zündung im Einhaut. Für den Pyro-Käcker, eigentlich war ganz in Ordnung, wir haben einen zweiten. Oh ja, hätten wir ordentlich gedrückt. Dritten. Und noch einen letzten. Schöne Teile.